Fifty Languages Sixty Sechzig At the bank In der Bank I would like to open an account. Ich möchte ein Konto eröffnen. Hier ist mein Pass. Und hier ist meine Adresse. I want to deposit money in my account. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. I want to withdraw money from my account. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. I want to pick up the bank statements. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. What are the fees? Wie hoch sind die Gebühren? Wie hoch sind die Gebühren? Wo muss ich unterschreiben? I'm expecting a transfer from Germany. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Hier ist meine Kontonummer. Has the money arrived? Ist das Geld angekommen? Ist das Geld angekommen? I want to change money. Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich möchte dieses Geld wechseln. I need US dollars. Ich brauche US-Dollar. Ich brauche US-Dollar. Could you please give me small notes? Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Is there a cash point? Gibt es hier einen Geldautomat? How much money can one withdraw? Wie viel Geld kann man abheben? Wie viel Geld kann man abheben? Which credit cards can one use? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Go to www.50languages.com for the latest version and the books.